Herzlich Willkommen bei Motorrad Christian Janssen. Ich bin's mal wieder, der Gerd. Wieder ist eine Woche vorbei. Ich glaube, ihr dreht immer an der Uhr, dass ihr so schnell wie möglich ein Angebot der Woche haben wollt. Klar, machen wir das. Erstmal recht herzlichen Dank an meine lieben Kunden, die mich ja positiv beurteilt haben. Klar, ich habe Lampenfieber. Ich glaube, das merkt man mir auch an. Manchmal finde ich halt die Worte nicht, aber ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis. Es ist für mich das erste Mal, dass ich auch so meinen Chef ein bisschen vertrete. Aber ich denke mal, von Video zu Video wird es vielleicht ein bisschen lockerer. Aber ich denke mal. So, Angebot der Woche. Diesmal stelle ich euch eine Malakuti Pro vor. Ist natürlich auch ein Euro 4 Produkt. Ist auch von der KSR Group. Der super vereinte, was ich euch schon erzählt habe. Die Supermarken wie Roy Enfield, Benelli, Malakuti, wie gesagt. Ganz cool. Ist diesmal eine 125er. Vom Rahmen her sehr, sehr gut gelungen. Roter Rahmen, Stahlrahmen, ringsherum weiß gehalten. Da kommt der Schwarze natürlich immer schön raus im Vordergrund. Auch die Nähte hier von der Sitzposition. Sehr cool gehalten. Auch das Heck hinten finde ich absolut cool. Mit Malakuti. Die Auspuffanlage ist jetzt ein bisschen höher gelegt. Also nicht wie üblich nach unten, sondern nach oben. Finde ich persönlich sehr cool. Aber wie gesagt, ist Geschmackssache. Ist nicht jedem Kunden das seine. So, wir haben jetzt 11 kW. Das sind 15 PS. 15 PS bringt sie auch. Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller 106 kmh vor. Ich habe jetzt auch einen Kunden gehabt, dass ich auch mal bemerken soll, wie hoch die Sitz ist, wenn man sich drauf setzt. Ich bin jetzt zum Beispiel 1,75 m groß. Circa zwischen 75 und 80 Kilo wiege ich. Ich denke mal, wenn ich steige mal drauf. Ich hoffe, der Kameramann kriegt das mit. So, also da kommt man, also ich komme sehr, sehr cool drauf. Also ich denke mal, so ein Mann mit 1,80 oder so könnte sich auch wohlfühlen drauf. So, Feinheiten von der Optik sehr cool gehalten. Von der Schwarz-Design-Rahmen habe ich gesagt, wie gesagt, rot. Der offizielle Preis waren 3.216 Euro. Der absolute Top-Preis ist diesmal unschlagbar. 2.499 Euro. Und da kann man wirklich nicht meckern, weil das ist schon ein unschlagbarer Preis. Insgesamt habe ich, glaube ich, euch gesagt. Ja klar, mit Euro 4 ist, wie bei jedem Video auch, wir haben alle Papiere vorbereitet. Also ihr könnt beruhigt zum Straßenverkehrsamt gehen und ihr könnt das Fahrzeug auch ohne weiteres zulassen. Wie gesagt, 199 Euro Vor-Ort-Service, beziehungsweise wir bringen euch das vor Ort. Ist alles fahrfertig. Ihr braucht dann bloß noch Nummer schnell dran machen, anmelden, Nummer schnell dran machen und wohlfühlen. Ich denke mir mal, soweit wäre es wieder von meiner Seite gewesen. Ich wünsche euch allzeit, bleibt schön gesund. Ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen und von meiner Seite war es. Unser Kameramann macht noch schöne Bilder, nahe Aufnahmen, wie üblich, wie gewohnt. Und ich wünsche euch einen schönen Abend noch, schönen Tag und bleibt schön gesund und wiedersehen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.